Endlich geht's wieder los, endlich geht's wieder ab. Die Berlin Rebels sind heiß und können den Kickoff zur neuen Saison in der German Football League gar nicht abwarten. Der letzte Test, das Preseason-Game gegen die Ingolstadt-Dukes, verlief schon mal vielversprechend. Ja, es war ein guter Tag, es war lange, es war unser erstes Spiel zurück, also einige Dinge werden nicht so gut als andere sein, aber wir haben hart und wir haben die W. Längen ist, hat den ersten Härtetest bestanden. Am kommenden Sonntag, am 22. April geht's los gegen die Hamburg Huskies, 15 Uhr im Momsen-Stadion, seid dabei! Kommt added ab, dann ältieren die Wolk diese Registerkiste in der Hissonstenliebe. Wir haben den 1 Teleions- oro, immer sein Gew чет ums Derades wird, als reihaus gekehrt sind. Wo ist dieCreCiste, team glän synergieverb邪, wenn ihr ne Suzul vor dem Schlag kommt. Die precisaatrie. Die hacemos jetzt wieder in die Richtung. Vielen Dank.